Eklige. Was? Eklige? Eklige. Eklige? Ihr stampft da drinnen rum, alter. Gehen wir rein? Ja. Gehen wir rein? Nein, scheiße. Lauf die weg. Geh weg. Lauf. Wir kommen runter. Lauf. War mir tot. Ich hab's erwischt, oder? Ich hab's erwischt. Hier wird die Fische los und rennen am fetten vorbei. Schade doch bloß dir jeder. Da können wir alle Hinweise einsammeln. Ach f***, ich will auch schon, dann gibt's die. Ich muss ja noch nicht. Was denn? Eklige. Was? Eklige? Eklige. Eklige? Eklige. 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 Achso. Wolle ich die Busch. Was? Da kannst du nicht, du kannst doch mit Escape gucken. Äh, mit DUB. Da siehst du's doch auch, wenn du die Map anguckst, da hast du auch deine Aufgaben. Diese Plus 5, das war nicht Plus 5. Nee. Das war alleine schon in dem letzten Spiel. Achso, das hat vielleicht nicht erzählt, weil du verreckt bist. Oh, das kommt so. Oh, wie sinnlos ist das denn, alter. Achso. Na klar. Da gibt's noch eine Blütungsschaden, die ich ausstellen. Na klar, der zieht dir hin. Ha, danke. Danke. Wat ein Wichser, ey. Und aus Rache hast du... Oh, hier stampft der drinnen rum, alter. Helft. Äh, wir brauchen extra. Ja, und Medikit. Hier ist Medikit. Hey, Sony. Medikit. Das ist natürlich Glücksfall, aber die müssen dann echt weit rennen, die Brüder. Auch eine Axt haben wir trotzdem noch nicht. Ne. Oh, das ist ein Fettner, pass auf. Ja. Hier draußen steht noch ein Medipack. Ja, ich bin schon, passt schon. Mist, nur Hämmer liegen hier rum. Ach, da ist eine Axt. Wie brauchst du viele Medikit? Ich habe eine Axt. Ich auch. Okay. Und dann... Wo war denn das Medikit von vorhin, was du gesagt hast? Da, jetzt wo du stehst. Schöner Fisch. Ach so, nein. Du stehst ja auch nicht hier, wo ich bin. Ach so, scheiße. Obst. Geben wir Hilfe? Ja. Schöner Fisch. Mach eine Scheiße, du tust. Er kommt ja wieder mit seiner Clowns-Maske. Oh. Ich habe ihn zwei übergezogen. Das tut ihm ordentlich weh. Boah. Nein! Alba. Lauf die Weg. Die Weg ist auf. Er kommt runter, der Weg ist auf. Ja, immer mit der Ruhe und dann mit dem Ruck. So, jetzt muss ich es erstmal eine Weile ausheilen. Jetzt muss ich es erstmal eine Weile auskurieren lassen. Achso, ich brauche ein Medipack. Ah, hier. Warn, brauche ich. Warte, einen brauche ich noch. Einen auch. Ja, bis gleich, Frankie. Wo ist er? Wo ist er? Okay. Was? Dich nochmal angefackelt. Was ist hier? Was kann man hier? Okay, kann man hier hoch? Nicht, dass ich wüsste. Da vorne an der Ecke stand ein Medipack. Ja, Warns. Okay. Ich habe gerade eine Tür. So, kann man hier rein irgendwo? Hier ist ein Aufzug bei mir. Hier ist eine Treppe. Kann man Fallen irgendwo stehen? Fallen, Fallen, Fallen. Ja, da ist eine Tür. Hier haben wir das Tor zu machen. Die ist zu, aber keine Falle. Ey, bleibt aber hier oben die zwei Türen im Auge. Keine Fallen, Alter. Hier unten liegt seinen Kürbiskopf rüber. Keine Fallen, scheiße. Weil das hier oben sein muss, zwei Türen. Da nehme ich die hinterliege. Naja, das ist noch eine Treppe, Alter. Graben. Schüsse. Soll ich nehmen? Dann lassen wir die sich erst mal so ein bisschen selber abknellen, oder? Den haben wir mit den Äxten gut runtergekriegt, muss ich sagen. Aber wir verschwenden jetzt erst mal die Sicht noch nicht, umzugucken. Nein, nein, nein. Oh, direkt vor der Tür. Schauen wir mal, was noch gehen es dir hier, ob ich es sieht. Sehr schön, cool. War mir tot, ein bisschen aus zwei Metern. Okay, warte. Keine Ahnung. Die waren nicht von kaum finster. Oh. Wir strausten. Nee, nee, beim finster. Komm, ich. Okay, weg, komm. Schauen wir mal die Mitte an? Ja. Wenn wir da rein ran kommen, als würde die Welt ihm ... ... im Gehirn. Da wo du jetzt bist, links. Plündern. Was hat er für Waffen? Achso, Plündern, ja. Spectre. Okay, danke. Auch die Spectre, was hat er für eine? Oh cool, das Waffen kannst du tauschen. Sehr schön, das passt ja. Ja, dann kann ich mich gar nicht aufladen. Ich hab bloß noch eine gehabt. Sehr nice. Okay, jetzt sind die Olli unten und die Olli unten, oder? Ja, dann lass ihn doch. Dann will ich bloß mal schauen, ob die noch da liegt. Aha. Ach, jetzt weiß ich, wo die herkommen jetzt. Woher? Hier ist die Treppe hier rauf. Okay. 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 Ich hab Treppe und Tür im Blick. Sehr schön. Behalten im Blick nicht, dass sein Kumpel ihn aufheben will. Ja, ja. Hey. Ich hab's erwischt, oder? Ich hab's erwischt oder? Ich hab's erwischt, oder? Ich hab's erwischt oder? Ich hab's hier��� Ton. Ja, wie steht, ich hab das hervorbevat. Der Willstorbe ist. Alter. Aber ich weiß nicht ob es tot ist. Ich habe es auch erschossen. Also cool. Alter. Cool, 100 Dollar. Okay. Oh, ich muss den seine Pistole nehmen. Schade, die Uppercut muss ich liegen lassen. So, war es das jetzt hier irgendwie? Warte mal, wie viel Zeit haben wir noch? Wenn nicht, sammle ich noch mal Munition ein. Boah, jetzt haben wir nur zwei lange Balken an Basis. Ich habe sie noch erwischt. Sehr schön. Ich habe ja gehört, wie sie sich geheilt hat. Da wusste ich, die sitzt da in der Ecke. Brauchst du noch Gesundheit? Ich bin voll. Also ich habe zwei lange Balken voll. Okay. Ich habe schon wieder verbauten Taschen direkt bei der anderen. Geil. Jetzt habe ich noch zwei in Reserve. War hier nicht noch Munitionskiste irgendwo? Da drüben war noch eine kleine. Hier ist noch nicht. Du weißt nicht, ob es dich schon warst. Nee. Ein Jäger da drüben möchte ich ja auch hier noch zündern. Ah, Mann. Fünf Schuss, Alter. Das ist nicht die Welt. Ja, gehen wir, oder? Ja. Oh, die Uppercut hätte ich schon gerne mit rausgenommen. Warte mal, was hat er für ein Gewehr gehabt? Das. Der Winfield gegen der Winfield austauschen. Oh, Mann. Mit fünf Schuss, Alter. Ich weiß es nicht. Warte mal, soll ich mal einen Blick riskieren? Warte mal. Oh, da hinten ist noch einer bei 15. Bei 15. Richtung Nordosten. Dann 2. Okay. Dann müssen wir uns... Ja, genau da, wenn man auskommt. Dann müssen wir uns noch etwas gedulden. Nee, die sagt genau, wenn man auskommt. Nehmen wir einen auf den Unteren, wenn ich hätte ihn. Ah, das ist eine gute Idee. Hier wird die Fischer los und rennen am fetten vorbei. Die scheiß Fliegenschlampe links liegen lassen. Einmal voll los. So, laufen. Was das Zeug hält, aber. Ne, Alter, vier Jäger. Ah. Die kriegt ja wieder eine Lunge. Ne, meinst du? Vier, nicht fünf. Waren so schlechtes Timing. Wir haben Lunge. Oh. Wassermolch. Du dumme Sau. Hat er nur noch eine verpasst, Alter. Ich wollte gerade... Wir müssten eigentlich rüber auf die andere Seite. Schnell gucken. Ne, ich sehe nichts. Ich habe nur noch eine Sekunde. Passt. Ah. Nice, Alter. Bester Rand. Ich muss ja glauben, ich muss dir recht, wenn ich eine Kugel bin. Ein kunstloser Kugel. Ja, klar. Ja. Vollständige Säuberung. Schön. Kranz gedötet. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020